Jockey Picks, jetzt im Handel, bei Tiefspreise, kaufen sie jetzt ein und werden sie reich. Willkommen, willkommen zu dem unfassbarsten Laden, tief, am tiefsten, Tiefspreise, ne, tief, tiefer, Tiefspreise, damit treiben wir uns selbst in den Ruinen. Willkommen, willkommen. Ähm, äh, ja, äh, nächster, vor, okay, los geht's, auf ins Abenteuer. Ähm, geöffnet, das müssen wir erst mal bestellen, halt, ich hab den umgesetzt, das war jetzt natürlich echt, ich musste wieder da hinstellen, sonst werde ich wahnsinnig. Jetzt bin ich eh schon. Ach, guck mal, ein Haufen Karton, Kartens, äh, warte mal, hä? Ne, oh, oh, das hab ich wohl ein bisschen mich vertan. Das war gar kein Apfelsaft, das war Orangensaft. Ich mein, die Leute kochen wahrscheinlich meistens so Apfelsaft. Säft, was wollt ihr? Säft, äh, äh, ähm, Zitrone oder Ananas? Oder Ananas? Ich hab das nie verstanden, aber das hab ich schon oft gesagt. Wenn ihr eine Ananas macht, dann bin ich das. Übernehmen, nicht übergeben. Oh man, ich hab ein bisschen viel Saft gekauft. Saftception. Das Saft ist reine Seele. Versafte das! Oh nein, es ist Saftlord, ich werd euch alle versaften. Boah, das gibt's doch, glaub ich, ich mein, das hab ich, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Saftlord, ich werd euch alle versaften. Nicht Saftlord, aber dieses, ich versafte euch. Ich werd euch alle zu Saft machen. Und dann habt ihr das, dann habt ihr, äh, ja, versaftet. Es ist alles versaftet. Ist das nicht schön? So, jetzt brauchen wir noch Comte. Comte Christi. Ist auch immer so teuer. Oh, neue Lebensmittel. Gelbe Beeren, jetzt im Handel. Auf geht's ins Abenteuer, ja, das ist schön. Oh ja. Okay. Ähm. Ach du Scheiße. Nutella. Choccy Pigs. Sandwiches. Nutella. 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 Ich muss schnell selbst auffüllen. Los, 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 los. Der Johnston kommt nicht mehr hinterher. Ich mein, der, 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 der. Geil. Die sind alles Johnstons. Alles Johnstons. Schnell aufladen. Wir müssen Geld machen. Ich muss die Sachen noch teurer machen, glaube ich. Das geht so nicht. Tiefst am tiefsten Kellerpreise. So tief können sie gar nicht graben, bis sie unsere Preise finden. Eigentlich sind sie ganz oben. Ganz oben. Im Himmel. Zum Greifen nicht nahe. Stratosphäre. Mindestens. Mond. Nein. Mondpreise sind halt echt gering. Definiere Höchstpreise anders. Das sind Marspreise. Entschuldigung. Andromeda-Galaxie. Andromeda-Preise. Okay, weiter geht's. So. So, dann brauchen wir Mehl. Und alles andere auch. Premium-Mehl, Mehl. Wo ist denn Premium-Mehl überhaupt? Da. Nee. Warte mal. Mehl. Warte mal. Premium-Mehl. Premium-Mehl. Mehl. Mehl. Okay, machen wir mal nur Mehl. Mehl. Mehl, Mehl. Äh, jetzt habe ich viel mal gesagt, wollte ich gar nicht. Mehl, 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 Mehl. Nee, 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 Nee. Mehl, 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 Mehl. Mehl, Mehl. Mehl, 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 Mehl. Tut mir leid. Der Singpreis geht an Aldemar. Oh Gott, der Mehl-Song. Er ist der unfassbarste Song der Welt. Der Mehl-Song jetzt im Handel. Die Charts werden gesprengt von dem Mehl-Song. Mehl, 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 Mehl. Kaufen Sie jetzt die Single, Mehl, Mehl. Und der neueste Song, Mehl unter dem, unter Under the Ocean. Mehl under the Ocean. Unfassbar. Die Frauen spielen verrückt. Oh Gott, ich kaufe nur noch Mehl, weil es nämlich an dem Mehl-Song... Es tut mir leid. Aber das ist Nonsens Nummer 1. Das ist der beste Nonsens, den man machen kann. Jetzt muss ich mal reingucken. Ist irgendwas drin? Nein. Tiefstmehl. Mehl. Mehl, Mehl. Mehl, Mehl. Mehl. Und der neueste Song, noch mehr Mehl. Mehl, noch mehr Mehl. Mehl, Mehl. Mehl, Mehl, Mehl. Mimimi. Okay, der Mehl-Song. So viel zum Mehl. Jetzt kann ich nie wieder Mehl kaufen. Also im Ernst, ich verderbe mir mal schon meine eigene Sache. Was heißt verderben? Ich brauche noch Mehl und dann so Mehl, 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 Mehl. Der Mehl-Song. Mehl, 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 Basmati-Reis. Basmati-Reis. In Kooperation mit Mr. Basmati. Der Basmati-Mehl-Song. Mehl, Mehl und Basmati. Mehl-Torte mit Basmati-Streu für den Crunch. Krr, krr, krr. Oh ja. Der Reis cruncht echt gut vor's Crunch. Ich hab in einer Folge mal die Einnahmen als Wechselgeld rausgegeben. glaub ich nicht. Bestimmt nicht. Ich bin unfehlbar. Unfehlbar, Ma. Jetzt zum Handel. Okay, jetzt müssen wir mal... Okay, warte mal. Wie viel Uhr haben wir? Kann ich noch? Ich muss noch irgendwas kaufen. Ähm... Milch und... Äh... Nee, jetzt ist nicht mehr scheiße. Nicht Milch. Nicht die Milch. Milch-Schnitte. Jetzt haben wir... Äh... 1800. Wir kaufen jetzt mal die nächste Lizenz. Und zwar... Ähm... Krabbensticks. Wie geil. Kuchen, Kuchen. Süßigkeiten, Müsse, Schokoladenriegel, Joghurt. Ich hätte Bock auf Bleichemittel und sowas. Ich mein, das ist doch super. Brauchen wir halt, ähm... Ne? Ist halt wichtig, um DNA-Sachen zu vernichten, wenn wir jemanden umbringen. Äh, nicht ich. Nein, nein, nein. Aber das müsste Tiefkühler sein. Was denn? Mbeth? Ist das sowas wie Muckefuck? De Niro? Jonathan, ich hab noch gar nicht gerochen, Leute. Oh, Jonathan. Oh, oh. Oh. Oh Gott. Ich hab voll den... Ich bin jetzt voll drauf auf dem Jonathan-Trip. Voll gut. Bleiche Mittel und Dünger. Ach ja. Ein paar, äh, kräftige Bomben und dann, äh... Na, schön. Komm, mach jetzt schnell da. Alter, guck mal. Shine like a diamond. Das glänzt sogar. Hier, meine Karte. Eine Million Euro. Dankeschön. Sehr gut. So, zum nächsten Tag. Und dann lassen wir erstmal wieder einen sortieren. Und wir müssen Sachen kaufen. Also, los geht's. Los, los, los. So, kaufen. Kaufen wir jetzt Zeug. So, jetzt... Fridge. Äh, Friezer. Friezer. Zwei. Mhm. Mhm. Gemischte Pizza. Ich hoffe, da ist auch Pizza Hawaii bei. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber ich bin so ein Pizza-Pasta-Typ. Es sind ja noch Pizza-Pasta-Typen. Also, wenn Tiefkühlpizza, Pizza-Pasta. Aber ich vertrage Pizza... Tiefkühlpizza auch nicht mehr. Ach, du Scheiße. Da stapelt sich alles. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. Pommesfrietis. Pommesfrietis. Oh Gott, da passen nur zwei rein. Aber Pommesfrietis. Das sind Hähnchen. Das sind Truthähne. Das sind doch keine Hähnchen. Das sind amerikanische Hähnchen wahrscheinlich. Ja, okay. Wir haben ein Problem. Lass dich einfach mal in der Sonne stehen. Scheiße. Okay, warte mal. Erst mal... Haben wir daraus 13. Mir egal. 13. Hier machen wir. Mir egal. 8. Ja. Das ist nämlich der neueste Shit. Tiefkühlprodukte. So, jetzt habe ich... Ich muss mir die Musik ein bisschen leiser gemacht. So, okay. Ähm... Äh... Susu. Schwarzer Tee. Jetzt sehen wir nämlich, was fehlt. Susu. Schwarzer Tee. Susu. Schwarzer Tee. Ja, ich weiß. Ich habe mich gerade verdrückt. Lass mich in Ruhe. Ich bin der Beste. Äh... Spaghetti. Basmati Reis. Bist das jetzt gekauft? Nee. Scheiße. Wir haben zu wenig Geld. Tja, dann muss halt das Hühnchen noch ein bisschen rumstehen. Wird schon gehen. Machen wir einfach. Wird schon okay sein. Ne? Ich will ja hier kein Geld verlieren. So, jetzt machen wir eigentlich mal wieder auf. Dann können wir Dinge jetzt das machen. Und geöffnet. Tiefspreise. Jetzt mit dem neuesten Shit. Und zwar... Shit, Shit. Die Shit Show. Mann, ich habe hier kein System, ne? Ich räume einfach ein. Ich bin zu faul zu gucken, wo was hin muss. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich habe halt kein fotografisches Gedächtnis. Fotografen mal. Jetzt ohne Gedächtnis. Jetzt zum Handel. Ja, da haben wir ja von nichts. Deswegen. Nicht wundern. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist es jetzt nach oben? Oder... Milch. Noch mehr Milch. Salah Salz. Warum ich nur 10 Sachen bestellen kann, ist komisch. Gut, da werden vielleicht viele Kartons dann rumliegen und so. Aber so ein bisschen Schwund ist ja immer. Pizza, Pasta. Geil, geil, geil. Okay. Müsli haben wir auch noch jetzt. Butter kommt aber auch ein... Ne, es kommt in den Kühlschrank. Ich brauche da nochmal einen Kühlschrank. Oh Gott. Ich glaube, ich muss jetzt Geld sparen für noch mehr Gefrierschränke und Kühlschränke. Oh Mann, es wird schon echt stressig hier. Dieser nervenaufreibende super Kitzel. Da haben wir jetzt endlich das hier. Geil. Honeybees. Arschis Albtraum. Oh, ich habe vergessen, Preise festzulegen. Nein, nicht kaufen. Tut's nicht. Ich bin noch arm und brauche das Geld. Okay. Honeybees. Jetzt im Handel. Okay, Honeybees. Honey, honey, honey. Ist so funny. In the rich man's world. Ich rede viel hier Blödsinn. Und, äh... Bin so toll. Ähm. Ja. Jetzt müssen wir warten. Wir sind arm. Naja, was soll ich machen? Jetzt hat doch keiner Tiefkühlzeug gekauft. Ja, schön in die Sonne auch. Guck mal hier. Sehr schön, ne? Ah ja. Es sind halt Chlorhähnchen. Ist halt scheißegal. Da gibt's keine Sabinellen mehr. Gibt's halt Chlor. Da sind auch direkt die Mägen desinfiziert. Alles für den T-Sprays. Alles für den Club. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ah, oh. Ich muss noch was verkaufen. Äh, nee. Ich muss Rechnung bezahlen. Nee, haben wir auch schon gemacht. Tja, jetzt brauchen wir echt Kohle. Kohle, 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 Kohle. Entweder noch einen Gefrierschrank. Oder einen Kühlschrank. Oder noch eine Kasse. Ich mach lieber noch mal die Kasse. Das war mir nämlich ein bisschen zu doof. Alles so. Oh nein, das ist ja dämlich. Komm schon. Okay, so geht's. Oh, Chalkypigs sind schon wieder leer. Das gibt's doch nicht. Aber Chalkypigs, die sind so gut. Ein Kunde wartet an der Kasse, Kasse, Kasse. Kartoffelsack. Sack. Sack, 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 Sack. Sack, Sack, Sack. Okay, okay. Dann machen wir jetzt hier. Oh, hab ich falsch rum gemacht? Na, egal. Jetzt warten die in meinem Lagerraum. Moment, jetzt bin ich richtig lost. Ich muss nicht andersrum rum. Das geht so nicht. Nee, sorry. Das muss andersrum. Entschuldigung. Guck mal, so kann man... Oh ja. Jonathan. Jetzt kann ich immer an dir riechen. Hä? Hab ich's schon wieder falsch rum gemacht? Warte mal. Nee, machen wir so. So ist richtig. Entschuldigung. Kommen Sie her und ich kassiere ab. Oh ja, das ist gut. Kommen Sie her. Denn es gibt tiefe Preise, so tiefe Preise, wie nirgendwo sonst. Oh, oh ja. Ha, 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 ha. Oh, ja. Ha, 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 ha. Ich bin ein bisschen spät. Ich bin ein bisschen am Abbauen. Es ist halt immer dann so, wenn gar nichts passiert, ich kann dann nicht still sein und einfach nur zugucken. Ich muss halt reden. Oh, ist sie... Oh. Ah. Ich hab mal... Sorry, ich stehe ja hier. Entschuldigung. Ich muss das Licht auch noch anmachen. Es ist nämlich dunkel, ja. Ha, dunkel, oh, oh, dunkel. Danke schön. Äh, 10 Cent. 10 Cent. Das ist gut. Ach, Mann. Ehrliche Arbeit ist nur was für Idioten. Guter Spruch. Kommen Sie, kommen Sie. Es gibt noch eine Spiegelkasse. Das hab ich gesehen. Äh, das ist mir grad eingefallen. Oder warten wir. Müssen wir jetzt hier nicht weiter rumwarten. Guck mal, jetzt haben wir auch wieder Geld. Jetzt können wir nichts mehr bestellen. Jockey Picks bauen wir. Jockey Picks. Jetzt im Handel. Bei Tees... Teespreise... So, kaufen Sie jetzt ein und werden Sie reich. Oh Mann, ich bin so verwirrend. Ich glaub, ich muss irgendwie... Sehr gut, sehr gut. Ich hab jetzt richtig Bock auf Gasstations im Latte. Hab ich das schon mal gesagt? Gasstationsimulator. Ist gut. Kann gut. Hähnchen ist zu teuer. Das ist kein Hähnchen. Das sind Mutanten. Ja. Jagd auf der Mutanten-Chicken-Island. Unter horrenden Verlusten. Oh nein, gestern haben wir Brownesson verloren. Er ist den Hähnchen direkt in die offenen Arme. Sie haben ihn einfach zerpickt. Oh nein, Brownesson. Das ist der Actionheld von Jonathan. Oh ja. Ist ja bald mal fertig. Meine Güte. Okay. Er ist so lange rumgelaufen, um dreimal Salz zu kaufen. Das ist beim Wissen so dreimal Salz. Ja? Also hält halt auch für ein Jahr. Ich konnte Sepp-Soda nicht finden. Oh Sepp-Soda. Oh Sepp-Soda. Okay. Soll ich ihn jetzt erstmal auffüllen lassen? Aber das dauert immer so lange. Also nicht. Wir gehen in den nächsten Tag. Auf in den nächsten Tag. Okay. Sehr gut. Guck mal. Jetzt hat er schon... Also er muss gefeuert werden. Lohn-Erniedrigung. Wer dich erniedrigt? Ja genau. Du wirst erniedrigt. Lohn-Erniedrigung. Aber sonst ist das echt gut aufgefüllt hier. Ich bin begeistert von mir. So. So. Jockey Peaks. Sehr schön hast du gemacht Jonathan. Ich bin stolz auf mich. Äh dich. Nein nur mich. Entschuldigung. Open. Opiopasto. Wir brauchen Cola. und wir brauchen Wasser. Und wir brauchen Eier. Davon auch nochmal zwei. Wasser. Ich mag Wasser. Okay. Jetzt haben wir wieder 580. Ein bisschen viel Wasser. Aber ne. Es gibt niemals zu viel Wasser. Ich fülle das einfach aus dem Kran ab. Kran. Kranenberger. Kennst du? Hier rein. Siegkreis. Ist Warnthalsperre. Sowieso irgendwie das beste Wasser Deutschlands. Könnt ihr alles nochmal Hans saufen. Seid ihr eure Wasserleitungen sind rein. Rein. Okay. Oh nein. 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 Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Dreimal Pommes. Wie hat er die denn zu hinten gestellt bekommen? Oh. Das ist ja nicht noch ein guten Preis. Okay. Ja. Er kommt jetzt. Oh. Äh. 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 Okay. Ähm. Kartoffelsack Butter fehlt noch Sonst haben wir alles von den neuen Sachen Die großen Sachen finde ich echt cool Kartoffel Meine Güte Ich glaube da müssen wir auf jeden Fall zwei machen Was sind das für Kartoffeln Was sind das für so Mutantenkartoffeln Meine Güte Waren die Leute die das gemacht haben Wir schon mal einkaufen oder So gefühlt Waren die bestimmt auch zu teuer Machen wir sechs draus Sechs Dollar Tiefspreise jetzt Tiefskartoffeln So tief können sie gar nicht in die Erde wachsen Wie wir sie verkaufen Tiefskartoffeln Jetzt im Handel Ähm Mein Gehirn Ah ok geht wieder Ja manchmal hängt es halt Willkommen bei Tiefspreise Ich liebe euch Wunderschön Der nächste bitte Dankeschön Mit Karte bezahlen für ein Produkt Ist es ja super Dankeschön Ach ja Wunderschön Ich bin so wunderschöööööön. Äh. Ah, Jonathan. Ja. Jetzt geht's mir besser. Okay, was bestellen wir denn? Nutella, Salz, Susu. Sandwich. Nutella, Salz, Susu, Sandwich. Nutella, Salz, Susu, äh. Nutella, Salz, Susu, Sandwich. Nutella, Salz, Susu, Sandwich. Nutella, Salz, Susu, Sandwich. Ja, überhaupt nicht viel. Nein, 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 nein. Ich komme. Ist der Jonathan, dass er nicht selber machen kann? Ähm. Was hab ich gemacht? Hab ich's richtig eingegeben? Ich war irgendwie, ich hab mich glaub ich ver... ich weiß auch nicht. Ich bin überhaupt nicht in Panik. Alter, ich bin, ne, so typisch Deutscher. Genauso würden Deutsche auch, äh, das Zeug über die Kasse ziehen. Unfassbar schnell. So schnell wie niemand sonst. Fernet Kasse. Haben wir doch noch alles anscheinend. Da muss ich nochmal ein bisschen mit einräumen. Ja, also es wäre auf jeden Fall wichtig zu sagen, wann er es auffüllen muss. Das würde ihn auf jeden Fall entschlacken. Und er würde nicht für ein Produkt rausrennen. Der Lappen. Weil das ist auf jeden Fall... Aber ja gut, das ist ja noch ein Ehrentitel, ne? Lappen. Okay. Susu Susu Jetzt zum Handel Aber das gibt es schon lange Nein Gibt es schon nicht lange Auf keinen Fall Okay Licht Assis, Licht Assis, Licht Yo Du hast aber dicke Kartoffeln Gekauft Entschuldigung Das habe ich noch gerade so gerettet Puh, das war knapp Yeah Drei Kann sein Ich habe glaube ich gerade Einen Karton voll mit Ware Weggeschmissen Das war aber alles Absicht Also nicht, dass ihr mich Euch wundert Das ist mir gerade eingefallen Ich habe vergessen zu sagen Warum ich das gemacht habe Aber ich erkläre es euch Jetzt einfach mal gar nicht Weil ich weiß ganz genau Was ich hier tue Ich bin unfehlbar Unfehlbar mal Der Unfehlbare Der einzigartige Von allen Oh Mann 30 Minuten Haben wir schon Jetzt müssen wir gleich Mal die Folge Es ist eh gleich vorbei Jetzt haben wir schon neun Schon neun Scheiße Oh Mann ey 31 Äh Warte mal 31,92 1,2,3,4 Sehr gut Babadabam Bam 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 Oh es ist der letzte Kunde Der letzte Kunde Genau Jonathan Ein bisschen arbeiten Gut liebe Leute Ich verabschiede mich hier Ich lasse Jonathan Ein bisschen arbeiten Den anderen Jonathan Nicht dich Jonathan Und ja Bis zur nächsten Folge Ihr seid die Besten Nicht vergessen Kommentieren Abonnieren Däumchen dann lassen Es hilft mir sehr Und bis dahin wie immer Haut rein Leute Gehabt euch wohl Däumchen dann